Ah, verdammt! Schon wieder hat dich der Skrill gerettet, Kafka! Mann! Sterzt, ihr Viecher! Den musste erst einmal mit irgendwas treffen, dass der sein Schild verliert hier. Mit nem Stein oder so. So ne Explosion. Warum Regen? Warum? Wieso geht das nicht? Ah, der frisst mich! Ah, was ist hier los? Hier fliegen nur Steine! Puffts! Puffts! Hauptsache wir töten mal kleine Goblins mit dem Ding. Lass es! Moment, Mensch, da ab! Dieter wird umgehalten! Oh nein! Selbst der Ruhigste verliert irgendwann die Geduld! Slow-mo! Wir hätten dieses Buch niemals aufnehmen sollen! Vor allem macht das meine Performance echt nicht besser! Ah! Wer ist er? Ja! Stopp! Dafür ist der echt gut! Blöd mal, dass man den nicht im Gebäude verwenden kann, den Zauber. Oh! Uuups! Hab ich euch jetzt beide getötet? Ne! Ne, ich leb noch! Irgendwas ist gestorben! Ja, und Kafka! Ja! Ah, wer ist er! Dann sagt er irgendwas! Geh weg! Hat das gerade fast 10.000 Schaden? Was macht ihr? Schön, dass du ihn blitzt! Ach Leute! Wir kommen so nicht vorwärts! Hör auf mich immer mit dem Kackblitz umzwingen! Hahaha! Echt mal, Kafka! Lass doch mal was neues einfallen! Das Pferd! Hahaha! Das Pferd ist awesome! Puff! Warte mal, sieht hier irgendwie aus wie... Was tust du? Ich töte euch mit kleinen Stallen! Oder auch nicht! Autsch! Ach, Kafka! Warum? Ich wusste nicht, dass die Range auf dich geht, dann! Mein Stab! Nein! Oh Gott! Oh Gott, das willens! Ich kann das immer so schwer einschätzen! Ich kann meinen Stab nicht mehr aufnehmen! An! Komm her! Ja! Wieso? Ah, jetzt! Ah! Gott sei Dank! Leute, mich lieber heilen! Da kommt noch was von hinten! Oder auch nicht! Oh, noch ein Elch! Oh, noch ein Elch! Vertraue Kafka mit dem Blitz irgendwie nicht so! Oh! Ich glaube ich habe mich gerade selbst getötet mit meinem Blitz! Oh Gott, seid ihr beide tot? Ja! Könnt ihr nicht machen! Ich will meinen Stab! Ich will meinen Stab! Ah! Stab, komm her! Du bist mein! Jawohl! Oh Gott! Oh Gott! Ist ja noch irgendwas! Ah, hier hatten wir schon den Elch! Ich glaube nicht, dass hier noch was ist! Wenn dann andere Seite, oder? Wie makaber! Was hat das eigentlich mit den Elchen auf sich? Wo kommt er denn her? Keine Ahnung! Warum? Warum immer ich? Warum bin ich gerade so scheiße langsam? Du keilst Kafka damit nur! Ja! Das wollte ich! Ah los! Weiter jetzt! Oh Gott! Wieso kommen sie einfach aus dem Nirgendwo? Aha! Eiszeit! Oh nein! Das war richtig eklig! Bitte kein Feuer verwenden! Ich glaube, das macht er schon von ganz... Ja! Toll! Gut gemacht, Dieter! KfK benutzt natürlich Feuer! Sterb! Nein! Rauch! Unendlichen Strahl! KfK tot? Nein, oder? Nee! Ich rutsche! Verdammt! Ich rutsche aus dem Bildschirm! KfK! Auf einem Wasser versinkt! Warte jetzt aus! Okay! Er hat mich weggeschubbt! Ah! Och, warum? Kafka! Achso! Ich hab dich nicht gesehen! Mein Stab ist weg! Ich hab nicht gesehen, dass du bestanden bist! Ich wollte den Linkstar! Ja! Job Goblin! Oh nein! Oh nein! Oh-oh! Oh-oh! Autsch! Ah! Der hat's auf mich abgesehen! Wir sollten ihn echt schnell töten! Ich opfere mich! Ich bin tot! Ihr seid beide tot! Ja! Ich hab mich geopfert, um 5 Leute gleichzeitig zu töten! Verstehe! Was für ein edles Opfer! Ja! Einzige! Beste Opfer! Ja! Beste Opfer wo gibt! Ja! Beste Opfer wo gibt! Kafka! Ich bin dein Brummkreisel. Lass dir was Neues einfallen. Okay, okay, okay. Ich bin dein Brummkreisel. Warte mal, hier links? Geht's da hoch? Nein, ne? Warum? Nein, da geht's nicht lang. Nein, da geht's nicht. Jetzt kann ich nicht mal Hast machen. Och, Kravka. Wozu braucht man Regen? Wozu? Da verstehe ich den Sinn wenigstens noch, aber... Wenn du machst das... Jetzt weißt du's. Oh, God. Pufft. Doooooooh. Wie machen wir auf den keinen Schaden? Kann das sein? Ich bin, ich bin... Sie sind bestimmt auch elektro-immun. Ich bin tot. So. Ne, der hat sein Schild. Da ist der unverwundbar. Du musst eben erst dein Schild wegmachen mit einer Explosion. Dann sterben die. Puffts. Ja. Fickt euch doch, ey. Als ich das... Als ich's gedrückt hab, war er noch am Leben. Der Zauber kommt auf die Verbotsliste, Leute. Und kannst du mir mal erklären, warum Kravka jetzt den... unseren Stab hat und wir nicht mehr? Äh... Den hast du dir gar nicht verdient. You mad. Irgendwie... Ist hier was... Ach, hier ist ein Hebel. Klonk. Ups. Aaaaah. Dritte Müll. Dritte Müll. Dritte Müll nicht. Dritte Müll nicht. Und jetzt belebt mich bitte wieder, damit ich oben bin. Oh, ich hab mich selbst getötet. Oh Gott. Oh Gott. Wieso trifft mich mein eigener Blitz? Das macht keinen Sinn. Ich hab das war eh ich aus Versehen. Ach man. Ah, ich flieg nur rum. Oh Gott. Ich glaube es ist wieder an der Zeit, Leute. Bienen. Hof. Ich bin weg. Irgendwie. Oh fuck. Ja, ich bin tot. Ich bräuchte mal nen Retz. Ah ne, ich leb noch. Aber ich bin hier unten. Ah. Absturz auf den Desktop. Wie war das? Ah, ah, f, w. Okay. Okay, das macht gar nichts. Ah, ah, f, w. Warum hast du dich da nicht sterben? Du hast uns getötet. Du hast uns getötet. Du hast gerade nicht getötet damit. Ja, ich dich? Ja. Habst du das auf den Desktop? Ja. Kannst du mich bitte wiederbeleben? Tötet man sich dann nicht selber damit? Nein, du hast mich getötet. Nein, du hast mich getötet. Jetzt bin ich wieder nass. Oh. Oh, okay. Ach, warum, Kafka? Das wüsst du nicht. Oh, jetzt auf mit dem scheiß Blitz, man. Warum? Der ist großartig. Ja, weil er mich andauernd tötet, man. Alter. Willkommen in meinem Leben. Ah. Es gibt so viele andere Zauber. Mach doch den Feuersturm oder so. Was ist hier? Ich bin froh, dass ich mir das Ding noch merken kann. Hi unten. Ach, da kommt man runter. Wo müssen wir überhaupt hin? Ah, das ist wieder so ein Schild. Ach, komm. Ich will nicht mehr sterben. Och, Leute, echt. Es macht keinen Spaß mehr. Wie gesagt, willkommen in meinem Leben. Das war ich nicht. Ja, ich weiß, wer es war. Kafka, echt. Ich glaube, ich such mir mal einen anderen raus. Kafka ist... Ja, du scheiß Troll. Oh, ich hab' mitlaufen. Troll. Okay, hier ist nix. Investier mal weniger Energie ins Trollen und mehr ins Reden zum Beispiel. Ich finde, das ist ein super Plan. Hallo. Ah, das wird so... Ahh.. Hat er sich einfach gerade trocken geschüttelt? Ich glaube, ja. Ah, wer ist er? Ijejejejejeje. Okay, da ist sterben. Ähm... Du hast ja irgendwie ein kleines Problem, oder? Was? Ich hab drei kleine Probleme. Wo kommt denn da alle her? Das ist doch ein Nest oder so. Ich hab drei kleine Probleme. Sterbt! Von einer Keil. Das ist echt eine... Ultimativlösung, oder? Ich lass uns dein scheiß Schild fallen. Auf mich zu hauen. Er hat mich überrannt. Auch wenn ich meine Wohnung putzen bin und zu voll bin. Dann einfach donnerkalt. Nein! Ich wollte er mich hingeschoben. Ich bin tot. Ja, ihr müsst ihm erst sein Schild wegmachen. Der lebt doch. Ich bin schon wieder tot. Wir sind alle tot. Dings. Vollier doch dein scheiß Schild, du Mistvieh! Ich glaub jetzt hab ich's weggekriegt. Ich glaub jetzt hab ich's weggekriegt. Aha, wieso sind die hier alle? Und ich hab irgendwie das Gefühl, dass... Ja! Ich bin schon wieder tot. Ich hab irgendwie das Gefühl, heute erlebe ich irgendwie immer nur so ein paar Sekunden und dann krieg ich irgendwas ins Gesicht. Oh ja! Ach man Leute! Echt! Ich sterb nur von euch! Ich hab keine Ahnung was passiert. Hier! Ah, Kafka macht schon Suicide! Was ist da los? Und du stirb doch mal! Meine Fresse! Puffts! Oh Gott! Ich werd mal ganz locker. Das wird schon alles funktionieren. Bis zum nächsten Donnerkeil? Der ist er. Hm. Okay, du hast ihn in seinem Käfig getötet. Das ist grausam. Äh. Ah, da ist ein Schalter. So. Wo auch immer wir hier lang müssen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Ne, wahrscheinlich nicht. Irgendwas geht jetzt sicherlich auf. Wahrscheinlich hier. Der Käfig. Ne, hier geht's durch. Ah, das geht auch auf. Ich bin runtergefallen. Bitte töte mich. Warte, Yannick. Komm her. Ah! Oh, okay. Nochmal. Okay, was dann? Nochmal. 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 Nein. Endlich. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich noch eher sterbe als... Ah! Oh, das ist ein Checkpoint.